Der Legende nach gibt es im Amazonas einen Baum, der über einzigartige Heilkräfte verfügt. Und die Pfeilspitze ist der Schlüssel, um sie zu entfesseln. Haltet Sie auf! Hallo, ey! Nur damit Sie es wissen, das hier war falsch beschriftet. Ihr brecht gerade auf, Jungs? Von allen Dschungelkreuzfahrten auf dem Amazonas ist diese zweifellos die günstigste. Aber auch die aufregendste. Vorsicht, ich muss mal durch. Achtung! Plünderer. Eingebrochen. Meine Herrschaften, auf diesen Moment haben Sie alle gewartet. Die Rückseite des Wasserfalls. Das ist das achte Weltwunder. Wir fahren flussaufwärts nach Lagrimas de Cristal. Wir müssen uns beeilen, komm schon. Hallo? Schlechter Zeitpunkt. Mein Bruder und ich suchen nach einer Fahrt den Fluss hinauf. Bitte gehen Sie. Ich habe sehr viel Geld. Wenn Sie an Legenden glauben, sollten Sie auch an Flüche glauben. Sie werden mich noch anflehen, umzukehren. Ich freue mich schon darauf, Sie zu enttäuschen. 10.000, um sie Leben dahin zu bringen. Tod sind's 15.000. Warum ist es teurer, wenn ich tot bin? Tod müsste ich Sie tragen. Tod ist viel schwerer, Lady. Auf geht's. Oh Gott, Entschuldigung, Fred. Schon gut, Stadtgerichte. Sie haben eine Flussfahrt gebucht und können nicht schwimmen? Der Preis ist gerade gestiegen. Jungle Cruise. Die Legende ist wahr. Die Legende ist wahr.